Nachdem Sie bei Google Anspruch auf Ihr Unternehmen erhoben haben, müssen Sie es nun bestätigen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie die beste Person für die Verwaltung des Unternehmens bei Google sind. Erst nach dieser Bestätigung können Sie die Informationen zu Ihrem Unternehmen bei Google verwalten. Die Bestätigungsmethode hängt von der Art des Unternehmens ab. Am häufigsten wird die Bestätigung per Postkarte genutzt. Dabei senden wir Ihnen eine Postkarte mit einem eindeutigen Bestätigungscode an die von Ihnen angegebene Unternehmensadresse, sobald Sie die Bestätigung anfordern. Stellen Sie sicher, dass die Adressangabe in den Unternehmensdaten genau ist und unseren Richtlinien entspricht. Hier ein paar Beispiele. Geben Sie eine vollständige und genaue Adresse ein. Geben Sie nur die offizielle Adresse ein, ohne irgendwelche Zusätze. Wenn Sie ergänzende Informationen angeben, die nicht zur offiziellen Adresse gehören, etwa Querstraßen oder Orientierungspunkte, wird möglicherweise die Bestimmung des Unternehmensstandorts auf Google Maps erschwert. Geben Sie die Nummer des Büros gegebenenfalls in Adresszeile 2 ein, getrennt vom Straßennamen und von der Hausnummer. Füllen Sie die Felder für Stadt, Bundesstaat oder Bundesland, Postleitzahl und Land aus. Falls Sie die Adresse korrigieren müssen, bevor Sie die Bestätigung anfordern, klicken Sie auf Später bestätigen. Es kann eine bis zwei Wochen dauern, bis Sie die Postkarte erhalten. Ändern Sie in dieser Zeit nicht den Namen, die Adresse oder die Kategorie des Unternehmens. Und fordern Sie auch keinen neuen Code an, da die Bestätigung dann länger dauern könnte. Nachdem Sie die Postkarte erhalten und den Bestätigungscode in Ihrem Google My Business Konto eingegeben haben, können Sie die Informationen zu Ihrem Unternehmen bearbeiten. Falls mehr als zwei Wochen vergangen sind, seit Sie eine Bestätigungspostkarte angefordert haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir untersuchen die Angelegenheit dann sehr gerne. Klicken Sie dazu auf diesen Link. Bei einigen Unternehmen kann die Bestätigung auch telefonisch durchgeführt werden. Falls die telefonische Bestätigung für Sie verfügbar ist, sollten Sie diese Möglichkeit nutzen. Diese Option ist die schnellste Bestätigungsmethode. Wir rufen Sie dann unter der für das Unternehmen eingetragenen Telefonnummer an, um die Angaben zu überprüfen. Sollte diese Option nicht angezeigt werden, fordern Sie stattdessen bitte eine Bestätigungspostkarte an. Falls Sie die Website Ihres Unternehmens bereits mit Hilfe von Google Search Console verifiziert haben, ist möglicherweise eine sofortige Bestätigung möglich. Melden Sie sich dazu mit demselben Konto in Google My Business an, mit dem Sie Ihre Website mit Search Console bestätigt haben. Falls Sie zehn oder mehr Standorte für dasselbe Unternehmen verwalten, können Sie möglicherweise die Bulk-Beschätigung nutzen. Hierfür müssen spezielle Anforderungen erfüllt sein. Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf diese Schaltfläche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie auch unseren YouTube-Kanal und sehen Sie sich dort die neuesten Videos zu Google My Business an. Eventuelle Fragen können Sie im Kommentarbereich stellen. Bis zum nächsten Mal.